Die Gau-Liga Bayern 1942-43 war die zehnte Spielzeit der Gau-Liga Bayern im Fußball. Durch die kriegsbedingten Umstände wurde die oberste Spielklasse in dieser Saison auf zwei Gruppen aufgeteilt. Deren Meister jeweils für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft qualifiziert waren, ein gesamtbayerischer Meister wurde in diesem Jahr nicht ermittelt. Durch die Aufspaltung waren auch die nominellen Absteiger des Vorjahres in der obersten Liga spielberechtigt. Beide Staffeln wurden durch Vereine aus den Bezirksklassen auf elf bzw. zehn Teilnehmer aufgestockt. Die Einteilung in zwei bayerische Gauligen wurde in der Spielzeit 1943-44. beibehalten. Gauliga Nordbayern In Nordbayern setzte sich der erste FC Nürnberg mit dem jungen Max Morlock, der 54 von 125 Toren des Klubs erzielte, verlustpunktfrei durch. Musste in der sich anschließenden Endrunde aber bereits in der ersten Runde die Segel streichen. Absteigen mussten Viktoria Aschaffenburg und Eintracht Franken Nürnberg. Die Post SG Fürth spielte in der Folgesaison als Post SG Nürnberg Fürth erneut in der Gauliga als Aufsteiger rückte der WTSV Schweinfurt nach. Der erste FC Schweinfurt 05 bildete ab Sommer 1943 mit dem Luftwaffen-SV Schweinfurt eine Kriegsspielgemeinschaft. Die Würzburger Kickers und der Würzburger FV 04 bildeten ab Sommer 1943 die Kriegsspielgemeinschaft KSG Würzburg. Die Post SG Fürth tat 1943 44. als Post SG Nürnberg Fürth erneut in der Gauliga Nordbayern an. Gauliga Südbayern In ähnlich souveräner Manier wie Nordmeister Nürnberg sicherte sich in Südbayern der TSV 1860 München den Gaumeistertitel, lediglich eine Heimniederlage gegen den BC Augsburg sowie ein Unentschieden im Derby beim FC Bayern trübten die ansonsten makellose Bilanz. Die Löwen schienen in der Endrunde erst im Viertelfinale gegen den Ostmark-Vertreter Fürst Vienne Wien aus.